Adrian träumt von einem eigenen Friseursalon. Dabei hat er ganz genaue Vorstellungen über die Inneneinrichtungen. Es ist jedoch nicht leicht, einen geeigneten Inneneinrichter zu finden, der Adrians individuelle Vorstellungen 1 zu 1 umsetzen kann. Hey Adrian, hast du noch nie etwas von Haarwelt Friseurbedarf gehört? Hier betreut der Chef seine Kunden noch persönlich. Du kannst dir zunächst alle Bestandteile vorher im Haarwelt Showroom persönlich ansehen, testen und auswählen. Im nächsten Schritt gibt's vor Ort ein Vorgespräch mit Messung. Dann wird mit dir zunächst eine 2D-Planung deines ganz persönlichen Tramsalons gestaltet. Bei Auftragserteilung sogar als 3D-Planung. So siehst du deinen Laden vorher ganz genau, kannst jedes Detail individuell anpassen. Es werden nur hochwertige Produkte verwendet und du kannst sie individuell an deine Wünsche anpassen. Nach ca. 6 Wochen Bauzeit ist alles fertig und Adrian super happy. Das willst du auch? Dann füll jetzt unser Kontaktformular aus und wir schicken dir gleich erste Vorschläge.